Barakallahu fikum, der Bruder sagt, ist Tajwid ein Teil der richtigen Lesung des Korans? Barakallahu fikum, die Gelehrten des Islam haben zwei Ansichten. Manche sagen, dass du die Tajwid-Regel anwendest beim Koranlesen ist Pflicht und manche sagen, dass es keine Pflicht ist, sondern dass es empfohlen ist, hauptsächlich, dass die Lesung richtig ist. Deshalb, Barakallahu fikum, ob man jetzt Tafim oder Tarqiq, dick oder dünn, eine Buchstabe liest, kann man nicht sagen, da hat man nicht falsch gelesen. Okay, besser ist, dass man den Koran richtig liest, aber mit Ahkamen, mit Rezessionsregeln und deshalb lernen wir das auch. Aber wir können nicht das als Pflicht sehen, obwohl manche Gelehrten das als Pflicht sehen. Allah ta'ala, vor allem hauptsächlich, dass du richtig liest. Amen. Amen.